Bahnsteig 2 EuroCity 112 nach Frankfurt am Main über Salzburg Hauptbahnhof fährt ein. Für diesen Zug fährt zwischen Völkstein und Schwarzer Stamm zweiteinschienen Ersatzverkehr. Attention please. EuroCity 112 to Frankfurt am Main via Salzburg Hauptbahnhof is arriving at platform 2. The train will continue as a replacement bus service between Völkstein and Schwarzer Stamm site today. you 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020